Die 5 besten Sportler aller Zeiten Ich denk mal Michael Jordan Nummer 1 Er IST THE GREATEST OF ALL TIME Als Maul Messi Nicht drin Liste schon, kann man schon stoppen Muhammad Ali Nummer 2 Stian Ronaldo Er war auch komisch Tiger Woods Nope Roger Federer Michael Schumacher Usain Bolt Michael Feld Nummer 5 Die Olympiasportler Nummer 3 ist ne Wintersportler Weltsportler Eishockey Ich hab keine Ahnung von Eishockey Wäre Wayne Gretzky